Komm schon, du wusstest bestimmt schon eine Million Mal wachsen gesehen haben. Wie war es? Vater hat geschmieden, Mutter war links von ihm. Wer hatte das Boot? Ich hatte das Boot! Ja, ja, ich hatte es! Ja. Du hattest noch ganz andere Sachen, die du dir nicht hättest reinziehen sollen. Ne, das funkelt echt alles so, das scheint doch nicht, aber die Kamera muss trotzdem hier irgendwo eigentlich stehen. Diese Verbindung. Hier her. Ich weiß gar nicht, echt nicht. Ich glaube, ich habe es echt schon länger aufgenommen. Vielleicht muss ich sogar... Soll ich jetzt schon da hingehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal in den großen Turm. Ich dachte, ich könnte hier einfach nur außenrum einmal laufen. Vielleicht muss ich sogar vorher einen Cut setzen, Leute. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich sei der einzige Hinterhältige in der Familie. Aber das... Oh, das ist toll. Kein Buch, Vater. Kein Buch nach Hause. Denk, Sirrus. Denk. Hm. Einerseits denkt man sich so, ja, denkt halt mal drüber nach, was ihr für eine Scheiße getrieben habt. Andererseits, ja, werden sie natürlich dadurch auch wieder verrückt. Ganz klar, genauso wie unsere andere Freunde vom letzten Spiel, vom letzten Teil. Ich weiß gerade gar nicht seinen Namen. Wenn du natürlich irgendwo so gefangen bist und nichts in deiner Familie kannst und keine Kommunikation hast, dann drehst du natürlich irgendwann am Rad. Was auch nicht so super ist. So, hier haben wir auch nochmal so ein Ding. Aha. Da kann ich diesmal gar nicht runtergucken. Das sieht aber hier nicht kaputt aus. Äh, was? Ist jetzt irgendwas passiert? Okay. Okay. Ähm, ja, dann... ...gehen wir hier drauf. Ist ein bisschen unheimlich irgendwie. Wie? Aber auch schön. Was? So, einmal runterziehen mit Keracho, dann funktioniert das Ganze hier. Ich hoffe, wir verbrennen jetzt nicht. Oh, einmal durch die Wolken durch. Okay. Hier ist es ruhiger. Das sind schon wieder meine, äh, äh, Füße. Ich dachte schon wieder, irgendwer geht da hinten. Hier können wir uns wahrscheinlich nur das Ding dann hoch- oder runterholen. Wahrscheinlich. Das ist schon mal, das ist ein Weihnachtsbaum. Okay. Ich sollte mich eigentlich trotzdem an jedem Wegesrand immer mal umgucken, ob irgendwas nicht liebt oder ist zum Drücken machen. Okay. Also, es sieht echt, äh, schön aus. Wow, und da schweben so... Echt so... Nicht, nicht Steine, nicht so Gesteine, sondern echt so Kristalle in der Luft. Krass. So, wir kamen von da... Ah, da kann man mir das was anschauen. Kann ich das antatschen? Ja. 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 Wahrscheinlich kannst du das Kleinen pulverisieren und durch die Nase ziehen. So, das wollte ich sagen. Ach, da kann man hochklettern. Okay. Die Frage ist, ob wir das gerade tun wollen. Und hier ist auch eine Klappe, die ich aber irgendwie noch nicht öffnen kann. Vielleicht, weil hier Puzzleteile fehlen. Okay, geht auf jeden Fall nicht. Die Frage ist aber, ob ich jetzt überhaupt hoch will. Ich will mich erstmal hier auf der Ebene umsehen. Warte mal, hier. Aber wir kamen von da hinten. Da kann ich auch weitergehen. Ich verlaufe mich gerade ein bisschen irgendwie. Da kann man hoch. Diese Fußtritte machen mich ganz irre. Test Nummer 27 beendet. Resultate Konsistenz mit vorherigen Quarztests. Okay, dann sechs solcher Kristalle oder so. Folgerung X. Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? 8, 10, 3. 8, 11, 3. 8, 11, 4. 8, 12, 4. Ach, das funktioniert. 8, 12, 4. Brauche sechs Lichtleiter und die Kabel Nummer 1 laden, um die molekulare Bindung der Probe aufzulösen, wenn die anderen Kabel korrekt angeschlossen sind. Ja, was auch immer. Mach einfach mal ein Bild davon. Oh, da kann man auch gegenhauen. Da quietscht doch irgendwas, als würde hier so eine Schaukel schaukeln. Ja, hast ja aber ein schönes Bett gebaut. Hab nichts anderes erwartet von dir. Und sein Arbeitsbereich. Und ein schöner Sessel? Oder... Nee, irgendeine Rutschpartie. Danke. Hab ich... Nein, möchte ich noch nicht. Vielleicht können wir dann doch den Aufzug unten holen. Es sieht am Anfang so karg aus und so wenig Wege, aber es ist doch hier ganz schön was los. Okay, er hat auch Schach gespielt. Zu Hause steht ja auch ein Brett. Was soll denn das? Du hattest mich, Vater. Du hattest mich. Und jetzt lässt du deine Königin völlig ungedeckt stehen? Die Nara-Schachfiguren zu bekommen, war eine größere Herausforderung als das. Haben die vielleicht sogar... Haben die Schachparte vielleicht sogar eine Verbindung nach Hause, dass die sogar zusammen... Weiß ich nicht, Schach spielen können? Das wäre irgendwie... Komisch. Vielleicht hat er sie ja mal besucht und hat mit ihm Schach gespielt. Oder er hat einfach alleine gespielt. Und ich meine, er ist ja eh wahnsinnig. Hier ist so ein heller Kristall. Sieht auch schön aus. Da können wir auch hingehen. Jetzt gucken wir nochmal hier erstmal im Arbeitsbereich. Nara stärker als jede andere Substanz, brauche alle Energie, die verfügbar ist. Aber wird das genügen, wenn man sie auf alle drei verteilt? Und eine schöne Schachfigur hat er gemalt. Okay. Und nochmal kurz ausprobiert. Bisher ist es sehr interessant, weil es einem einfach so gar nichts sagt. Jeder Teilerfolg in den Tests weist auf 20 Energieeinheiten hin. Nicht mehr und nicht weniger. Aber in welcher Kombination? Muss eine bessere Verteilung auf die drei Kabel finden. Okay. Ich sehe schon kommen, dass ich auch hier Probleme kriegen werde. Äh, ist schon normal. Kann man das öffnen? Ja, kann man ja. Das können wir sogar dann wegziehen hier. Kann man das Ding mal wirklich packen? Danke. Kann man das auch? Nee, kann man nicht. Kann man das unten stellen? So, blauer Kristall. Testresultate schlüssig. Muss tasten. Mit der gesamten Elektrizität aus Garten- und Andockstation versorgen, um die Proben aufzulösen. Das sind ja die Kristalle, die für den Aufzug auch da sind. Genau, die Tasten. Mit der gesamten Elektrizität aus Garten- und Andockstation versorgen, um die Proben aufzulösen. Okay, machen wir erstmal ein Foto. Okay, dann leg das mal hier irgendwie weg. Was ist das? Das sind doch zwei Blätter hier, oder? Das sieht doch aus wie zwei Blätter. Komisch. Starke, starke, erdbebenartige Stöße in Labor, als zwei der Harmonien in Musikskala gespielt wurden. Oh nein, nein, ich will nicht. Bin ich vielleicht kurz davor, eine Frequenz zu finden? Labor hat gewackelt. Vielleicht ist es die Frequenz, die er auch aufgeschrieben hat. Kann ich das hier auch noch wegmachen? Nein. Sieht doch aus wie zwei Seiten. Das irritiert mich gerade ein bisschen, aber ist vielleicht nur ein Texturfehler. Kannst nicht heben. Okay. Alles klar. Dann machen wir die Klappe zu. Kann ich auch das Licht anfassen. Dann verleuchtet das ja, und das würde auch ja eigentlich schweben, dieses Grüne. Aha. Ist das vielleicht schon wieder irgendwie... Ich kann die leider nur an... Ich würde die gerne mal anhauen. Ist das vielleicht wieder irgendwie ein Rätsel, dass der schwebt... Also das wäre ja hier einer, wenn der leuchten würde, würde er ja wahrscheinlich sogar schweben irgendwie, warum oder auch immer. Oder er braucht irgendwas dazu. Ist das vielleicht so ein Dings aus... Schwere? Kann ich da so schnell ein Foto machen, dass ich... Nee, das ist dann schon wieder so... Ich mache jetzt trotzdem auch mal so ein Foto von denen. Vielleicht ist das irgendwie... Wahrscheinlich ist es sogar wichtig. Die Frage ist halt nur für was. Gut, das hatten wir ja schon angeguckt. Geh doch nochmal zu diesem Hellen hier hin. Steckt da irgendwie ein Schwert drin? Aber jetzt hier... Gehen wir jetzt hier Richtung Märchen? Was? Was kann ich jetzt hier angucken? Von hinten? Es leuchtet aber auch nichts. Was soll mir das jetzt hier sagen? Das ist da markiert. Komm, mach mal vorsichtshalber ein Bild. Keine Ahnung. Hm, weiß ich nicht. So hat das nicht von weiter weg gehört? Von einer komischen auch anders aus. Geh nochmal da hin, ganz kurz. Warum hab ich gerade gedacht, da steckt ein Schwert drin? Warum sieht das von hier so anders aus, irgendwie? Hm, gut. Geh nochmal vor. Leite Test Nummer 29 ein. Das sollte es sein. Das sollte es sein. Aber anscheinend hat es ja... Ah, und dann... Ah, und dann hat es da rausgesprengt, das Ding. Ich verstehe. Weil jetzt da... Das Ding, das hängt jetzt am Bett. Leite Test Nummer 29 ein. Das sollte es sein. Das sollte es sein. Da ist auf jeden Fall extrem viel Energie rausgeflogen, ja. Okay. Ja, krass. Und da war es ja auch so markiert an der Stelle. Wow. Und dann hat es da rüber geschlagen. So, kann ich hier noch weitergehen? Nein. Nee. Wollen wir jetzt nochmal... Ich muss jetzt unbedingt Ende machen. Aber ich überlege gerade, ob ich einfach mal da reinrutschen soll. Ich habe jetzt nämlich gerade Bock drauf. Komm, machen wir jetzt noch. Wow. Jetzt habe ich mich gerade kurz erschrocken. Und wir sind schon wieder bei Zorc Nemesis und dem... Stuhl. Dem Stuhl. Ich hoffe, ich komme dann auch von hier wieder hoch. Oh, schön. Ja, was haben wir denn hier alles? Können wir mal ganz kurz erstmal da rüber gehen? Bitte. Aber seine Eltern scheinen mir schon wichtig gewesen zu sein. Oh, was sind das alles für kurz, Leute? Ich will nicht... Schön. Mit diesen verschiedenen Geräuschen. Das ist echt cool gemacht. Gott, was sind das alles für kurz. Und ich gehe noch einmal davor. Hier sind übrigens auch, ne? Hier... Ich weiß nicht, ob das wichtig ist mit diesen Kabelfarben. Das ist mir oben schon aufgefallen. Rot, blau, grün. Könnten das vielleicht die verschiedenen Edelsteine sein, die da angeschlossen sind? Okay, da gehe ich wahrscheinlich jetzt nur vor auf den Stuhl. Mach doch einfach mal. Ja, habe ich doch schon mal eine ganz andere Sicht hier. Oh, da kann ich nicht weiter. Ich dachte, es hängt, aber... Wie ich hin und her rutsche mit meinem Hintern da drauf? So, pack da mal die Hand dran. Äh... Okay. Knöppe zum Gegenschlagen. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Kann ich dich... Ich kann dich gar nicht weiterziehen. Weil... Warte mal, kann man bitte andere Sicht hier machen? Da müsste irgendwas dann aufblinken. Hier haben wir... Da hatten wir auch dieses Bild. Warte mal. Und zwar... Das eine kommt mir jetzt gerade so bekannt vor. Da. Jeder Teilerfolg in den Test. Weiß wir uns an der Ende gehen. Aber in welcher Kombination? So eine Wisservteile auf die drei Kabel. Weil das ist doch genau hier, das sieht das so aus irgendwie. Also zumindest sind doch hier diese drei Kabel hier, die so drüber ziehen. Aber ich denke, hier müssen wir erstmal irgendwelche kleineren Rätsel lösen, damit wir hier wahrscheinlich was zum Leuchten und Blinken bringen. Das kann ich überhaupt nicht weiter schieben. Und wahrscheinlich auch nicht in die andere Richtung, logischerweise. Und mal andere Sicht, bitte. Ich wollte nur gucken, ob sich meine Hand irgendwo ändert, aber... Nee. Gut. Okay, wissen wir bescheid. Hätte ich jetzt da ein Bild machen müssen? Nee, ne. Das wird sich dann schon wieder klären, denke ich. Stehe hier nochmal auf. Konnten wir jetzt hier hinten irgendwo noch lang gehen? Nein, nein. Was? Da gehen wir wahrscheinlich nur da hin. Und hier kann ich schon gleich mal, weil hier konnte ich doch auch gerade noch gehen, oder ist es dann... Das ist wahrscheinlich nur auf den Sitz. Was? Au. Au. Ich muss mir... Aha. Wann drehe ich es jetzt auf? Eben habe ich jetzt dauerhaft zum Motor und gebissst. Au. Au. Da muss ich wahrscheinlich... Da muss doch irgendwas reingesetzt werden, bestimmt. Ich muss das auch ständig machen, ne? Hm, jetzt ist es abgeschlossen. Bringt das jetzt was? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir hier weiter. Ich muss auch wieder irgendwo... Irgendwie wieder nach oben kommen. Ah, mit den Stufen. Alles klar. Leute, ich werde jetzt hier aber erstmal aufhören und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder für euch gleich, je nachdem, wie ich geschnitten habe. Bis dahin. Tschö. Tschö. Tschö.